Leute, es sind so schöne Farben, lauter Pastelltöne, Washi-Tapes. Boah, mega, mega schön. Krass, seht ihr das? Das hat auch so Gold-Elemente. So, wir sind unten angekommen. Ja, krass. Boah, wie schön sind die bitte? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Washi-Tapes und ich zeige euch sieben Ideen rund um das Bullet Journal, die ihr kreativ mit Washi-Tapes umsetzen könnt. Die Tapes wurden mir von The Washi-Tapeshop zur Verfügung gestellt und ihr könnt mit meinem Code auch 10% dort sparen. Ich verlinke euch auch gerne unten nochmal die genauen Produkte, die ich jetzt in diesem Video benutze. Ich würde sagen, wir fangen sofort mit dem ersten Projekt an. Und zwar sind das mit Washi-Tapes verzierte Polaroid-Rahmen. Mit denen könnt ihr euch super schöne Erinnerungsseiten gestalten. Und was auch viele gerne machen, ist das Jahr über jeden Monat ein Erinnerungsfoto einzukleben. Dann habt ihr am Ende des Jahres zu jedem Monat ein schönes Bild. Falls ihr euch fragt, wo überhaupt diese Rahmen herkommen, ich habe mir die Fotos als kleine Polaroids ausdrucken lassen und das Foto selber dann ausgeschnitten, um den Rahmen zu gestalten. Man könnte aber alternativ auch ein Rechteck ohne Loch komplett mit Washi-Tapes bekleben und das Foto dann hinterher einfach oben draufsetzen. Ich füge jetzt der Seite noch einen kleinen Titel hinzu. Und zwar kann man auf diese breiten, pastellfarbenen Rollen mit einem Marker draufschreiben. Normalerweise perlt der ja gerne ab bei Washi-Tapes, aber auf denen funktioniert das sehr gut. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr mit dem Washi-Tape euer Wochenlayout visuell strukturieren könnt. Und zwar benutzen wir es jetzt als Bordüre und trennen damit optisch bestimmte Bereiche voneinander. Ich zeige euch das mal am Beispiel eines Dutch-Door-Layouts, wo wir ja oben den festen Teil und unten den flexiblen Teil zum Umblättern haben. Und beide Bereiche trenne ich jetzt mit einem Washi-Tape voneinander. Generell benutze ich als Bordüre am liebsten diese schmalen Washi-Tapes, weil sie natürlich nicht so viel Platz wegnehmen. Ich würde sagen, ich mache jetzt im Zeitraffer einfach mal diese Wochenübersicht fertig. So, das Dutch-Door-Layout ist nun fast fertig. Ich habe oben den festen Teil und unten die Wochentage zum Umblättern. Und beides ist durch ein wunderschönes Washi-Tape voneinander getrennt. Unser drittes Projekt heute ist das Washi-Chart. Dabei geht es um eine Reflexionsseite am Ende des Monats, bei der ihr mithilfe von Washi-Tape bestimmte Kategorien in eurem Leben auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten könnt. Das geht erstens super schnell, sieht total schön aus und macht auch richtig Spaß. Als erstes male ich also die Skala von 1 bis 10 und unten die Kategorien, die ich gerne bewerten möchte. Dann suche ich mir zwei Washi-Tapes aus, die farblich schön zusammen aussehen und vielleicht auch zum Monatsthema gerade passen. Und dann klebe ich die Tapes entsprechend so hoch, wie ich diese Kategorie bewerte. Meine Kategorien, die ich ganz gerne messe, sind so Sachen wie Produktivität, Gesundheit, Energielevel, Glück, Dankbarkeit oder auch Ruhe. Hier noch einmal im Gesamtüberblick. Unten sind die Kategorien und links ist die Skala von 1 bis 10. Projekt Nummer 4 sind Collagen. Dafür benutze ich auch jedes Mal Washi-Tape. Und in diesem Falle kombiniere ich das jetzt mit Aquarellblumen. Die habe ich mir jetzt vorher gemalt und ausgeschnitten, damit ich wie so kleine Aquarellaufkleber habe, die ich jetzt zusammen mit Washi-Tape zu einer Collage zusammenfügen werde. Ich habe mich jetzt entschieden, in so einer pastelligen Farbwelt zu bleiben und habe deswegen auch diese großen Pastellrollen genommen. Ich finde die auch super praktisch, weil man die einfach zu Stücken in ganz unterschiedlichen Größen zurechtschneiden kann. Die Collage kann man dann am Ende noch mit einem kleinen Zitat kombinieren. Ich finde, das sieht auch immer sehr schön aus. Bevor wir mit dem nächsten Projekt weitermachen, möchte ich noch einmal The Washi-Tape-Shop Dankeschön sagen und euch an den Code erinnern, mit dem ihr 10% sparen könnt. Außerdem ist der Versand weltweit kostenlos, also schlagt zu und tobt euch aus. Und weiter geht es mit Bleistiften. Wie ihr seht, sehen die alle sehr unterschiedlich aus, aber mit drei zueinander passenden Washi-Tapes können wir die jetzt bekleben und erhalten damit ein super schön zusammenpassendes Set. Dafür ziehe ich mir jetzt eine etwas breitere Washi-Tape-Rolle, genauso lang wie der Bleistift ist, schneide das Ganze ab und kann das jetzt einmal rundherum auf den Bleistift draufkleben. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Washi-Tapes, die nicht so breit sind. Da brauche ich dann einfach zwei Bahnen, aber ich würde die auf jeden Fall auch längst draufkleben, weil wenn ihr anfangt, das quer da drüber zu wickeln, da habt ihr dann lauter unschöne Kanten. Und fertig ist ein wunderschön zusammenpassendes Bleistift-Set. Als nächstes basteln wir uns Register-Tabs für das Bullet Journal und dafür male ich mir jetzt erstmal kleine Halbkreise auf ein etwas dickeres Papier. Ich benutze jetzt hier Aquarellpapier und schneide die aus. Jetzt positioniere ich die einmal am Rand, um zu sehen, ob die auch alle hinpassen würden, denn so werden die nachher auf die Seiten aufgeklebt. Aber vorher kommt natürlich noch ein bisschen Farbe ins Spiel, denn wir bekleben jetzt diese einzelnen Halbkreise jeweils mit einer Washi-Tape-Farbe. Die fertigen Halbkreise können wir uns nun an den Seiten einkleben, die wir gerne markieren wollen. Ich habe das jetzt einfach mal exemplarisch gemacht, weil ich noch gar nicht so viele Seiten gefüllt habe in meinem Journal. So sieht das Ganze von außen aus und so kann man dann ganz einfach die Seiten finden. Die Tabs könnt ihr euch natürlich auch noch beschriften. Kommen wir zu unserem allerletzten Projekt. Und zwar werden wir jetzt noch die Froschtasche verzieren, die es ja oft hinten in den Journals gibt. Aber auch wenn ihr keine Froschtasche habt, eignet sich diese Methode, um Hintergründe zu gestalten. Wir werden jetzt die komplette Fläche mit Washi-Tape bekleben. Deswegen macht es in dem Fall auch Sinn, auf ein Set zurückzugreifen, denn da sind die Designs aufeinander abgestimmt und die Tapes sehen auf jeden Fall zusammen schön aus. Die überstehenden Ränder schneide ich jetzt noch einmal mit einer Schere ab und erhalte dann eine ordentliche Kante. Da mein Journal zwei Froschtaschen hat, also es ist eine doppelte Froschtasche hinten, möchte ich jetzt noch die zweite Tasche von der ersten farblich absetzen und benutze dafür ein blaues Washi-Tape, was ich einfach einmal drüber lege und nach hinten umfalte. Und dadurch habe ich dann beide Taschen voneinander getrennt. Das war das letzte Projekt und wir blättern jetzt noch einmal zusammen alle durch. Angefangen haben wir mit den Polaroid-Rahmen, die wir mit Washi-Tape beklebt haben. Da kann man jetzt auch noch die Monate zum Beispiel hinschreiben, wenn man das wirklich als Jahresübersicht gerne benutzen möchte. Oder ihr könnt natürlich auch kleine Doodles reinmalen, wenn ihr lieber zeichnet. Weiter geht es mit dem Washi-Tape als Bordüre, um eure Layouts zu gestalten. Das ist auch wirklich etwas, was ich sehr oft verwende. Ihr könnt zum Beispiel auch nicht nur Bordüren damit machen, sondern auch Boxen zum Beispiel einrahmen oder Überschriften unterstreichen. Als nächstes haben wir das Washi-Chart gemacht, was eine super Möglichkeit ist, um den vergangenen Monat zu reflektieren und so ein bisschen zu beobachten, wie man sich gefühlt hat und wie gesund man war. Auch für Collagen eignen sich Washi-Tapes perfekt. Gerade in Kombination noch mit anderen Elementen kann man daraus super schöne Collagen basteln. Hier habe ich das jetzt mit Aquarellelementen kombiniert und mit einem kleinen Zitat. Hier seht ihr nochmal diese pastellfarbenen Rollen, die ich benutzt habe. Dann haben wir uns Register-Tabs gebastelt und ich finde gerade mit so einer monochromen Farbwelt sieht das Ganze super schön aus und man findet auf jeden Fall ganz schnell die wichtigen Seiten, die man sich markiert hat. Außerdem haben wir noch sehr unterschiedlich aussehende Bleistifte zu einem einheitlichen Set vereint, die jetzt alle zusammenpassen. Und zu guter Letzt haben wir die Froschtasche verziert und auch die zweite Froschtasche farblich davon getrennt. Und wie gesagt, das ist auch ein Projekt, was ihr für sämtliche Hintergründe benutzen könnt. Das waren also unsere sieben Projekte für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und die Projekte haben euch gefallen. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, mit welchem Projekt ihr am liebsten jetzt sofort starten möchtet. Ansonsten lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr noch mehr Videos sehen möchtet und abonniert diesen Kanal. Und jetzt bleibt nichts übrig zu sagen als viel Spaß beim Shoppen. Zu viele Washi-Tapes kann man nie haben. Bis bald!